Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren OMSI 2 Let's Play. Heute befinden wir uns mal auf Städtedreieck und fahren die Linie 43 von Österdorf nach Sissendorf Busbahnhof. Und heute fahren wir mit dem O530 Solo Bus, von Alter, diese Wärme macht mir echt zu schaffen, mit Dachklima. Das gibt's im OMSI Forum unter Busbots, kann ich unten verlinken, ist von Citaro 165. Ja, und dann müsst ihr halt eure Repains noch anpassen hier, ja genau. In 3 Minuten geht's circa los, also 50, wir haben schon 46. Genau, das ist jetzt eine kurze Linie. Wir fahren circa, ja, 13 Minuten, genau. Perfekt. FPS mäßig. Brutal. Wir haben 34 Grad. Dann machen wir mal hier die ganze Heizung an. Machen wir das auch noch an. Die Gebläse, ja. Gebläse brauchen wir jetzt nicht. Fenster können wir hier hinten auch noch aufmachen. Eigentlich sollte man's ja nicht. Ah, lassen wir's mal zu. Genau, dann machen wir noch Türflügelsperre rein. Und geben noch die Linie ein. Die Linie 43. Nach 1. Das hab ich natürlich auch schon in der Hofdatei eingepasst. Genau. Perfekt. Ja, sollen wir uns schon mal hinbegeben? Ich bin immer an den Grafik-Mod hier gegebend. Ja, fahren wir mal hin. Die wollen ja schließlich in unseren kalten Bus. Wir fahren hier natürlich mit der Ecolift-Variante. Ja, komm, fahr zu. Und ja, hab ich mir mitgegert. Wir fahren natürlich auch die Rücktour, aber in... Andersmal, nicht heute. Weil es soll jetzt einfach so ein kurzes Video sein, weil es ja draußen fast 40 Grad hat. Also ja, zumindest am Morgen, Sonntag, wird's fast 39 Grad warm. Brutal, die Hitze, Sahara, Wind halt. Und ja. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo, Manfred. Hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Und das ist echt... heftig. Danke schön. Bitte. Ist der nicht warm oder so? Naja. Und fahren wir weiter. Hilfspfeile brauche ich nicht, weil ich die Route eigentlich... Ist meine Lieblingsroute. Also Lieblingslinie, nicht Route. Also Route ist es auch. Gleis 101. Ich hoffe, der Sound ist... ähm, perfekt. Ich hoffe. Also was das hier sein soll, keine Ahnung. Das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Hier muss man immer richtig ausholen. Das ist ja unglaublich. Da seid ihr wahrscheinlich gewonnen, oder? Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Abend. Äh, Abend? ja, wir fahren so um 6 herum kühlt sich dann auch schon ein bisschen ab machen wir das Gebläser auch noch an dann machen wir ja ein Bläserkonzert genau, dass es schön, erfrischend kalt wird ansonsten können ja die Fahrgäste noch Klappfenster aufmachen echt Blöcke der Manfred möchte mit 17 Grad kühlt sich aber ab guten Tag hier muss man auch richtig ausholen oh ne, sonst schaffe ich das hier immer aber ja, diesmal scheiße das war nicht schön also die Linie ist eigentlich schon abwechslungsreich hier enge Straßen die Linienführung teils Überland also ein ganz kleines Stück aber das meiste dann auch wieder in der Innenstadt aber schon in Ordnung Bus kühlt sich schon ab also ich will jetzt ich will das Gebläser jetzt nicht dann machen weil sonst wird es zu kalt und die sollen ja auch nicht so frieren wir haben jetzt 34 Grad aber 17 ist schon angemessen 20 Grad ansonsten kann ich erst Gebläser noch anmachen aber ich hoffe hoffentlich brauchen wir das heute nicht die Rücktour fahren wir wahrscheinlich mit dem O407 kann man auch mal machen ja auch mal was tolles da gestern kein Video kam kommt heute eins am Samstag Samstag Feeling kommt auf das Beste am Samstag auch alles wird mit dem Solaris könnte ein Gio mehr bieten Hallo 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 Manfred, hallo! So ein kalter Bus ist jetzt eigentlich auch gut für die Fahrgäste. Hallo! Guten Tag! Hallo! Hallo! Einmal die Tageskarte. Tageskarte. Äh, kriegst du noch neuere zurück? Bitte! Einen Wunsch hatten wir auch noch nicht. Grüne Ampel! Wunderschön, mit grüner Phase. Ja, ja, das packt man schon. Also hier, die FPS ist eigentlich auch... ...formidable. Also, man kann nicht meckern, wirklich. Mit 30 FPS läuft die Map eigentlich schon flüssig. Vogel ist an der Straße. Hallo! Guten Tag! Hallo! Also, ich fahr die Fahrgäste zum Freibad. Naja. Der Bus ist gewöhnt. Gartenstiege. 23 Grad. Passt. Passt. Das war's! Und dann müssen wir links... Ich hab immer gedacht, wir müssen... man musste gerade ausfahren aber nein dann und befährt man zwei Haltestellen nicht Gunter Hallo einmal Tageskarte einmal die Tageskarte danke bitte Hallo dann muss man keinen Warnblinker reinmachen, weil es nur für Busse ist Hallo Hallo Ein normaler Fahrschein Ein normaler Fahrschein Ein normaler Fahrschein Ein normaler Fahrschein Danke Pei deee Enough of me Wir sind gut in der Zeit, also perfekt. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. 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 Boah, fände der Scheiße. Ja, Manfred, ich weiß, du hast Angst, wenn du bei mir im Bus hittest. Also sehr viel läuft, also hoffen wir, dass man kein Auto haben. Weil es echt hier läuft. Hallo. Die Menschenmenge. Bus ist gefüllt. Zumal das eigentlich nur für Solo-Busse ausgerichtet ist, diese Linie. Ganz zu tun. Ja, und FPS in der Stadt, also hier in Sisseldorf. Scheiß, Sisselforst, ich weiß nicht, Sisselforst oder Sisslisdorf ist eigentlich auch ganz in Ordnung, ja. da. Also man muss echt nicht meckern. Paar FPS Einbrüche, das ist überall so, aber allzu mal läuft die flüssig. Ahem. Ahem. So, jetzt noch einen Schluck Trinken. Hallo, hallo. Ein normaler Fahrschein. Ein normaler Fahrschein. Guten Tag. Ja, wie ihr schon gehört habt. Am Ende, also neigen wir uns dem Ende zu. Wir erreichen gleich Sissl, Forsthaupt, Busbahnhof und ja. Das ist dann das Ende unserer heutigen Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, falls es euch gefallen hat. Beziehungsweise, dass ich auch weitere Folgen davon machen kann. Wie ich schon, also ja, bei Train Simulator habe ich schon was gekauft. Also da war mal Steam Sale vor zwei Wochen oder letzte Woche, ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich mir auch Züge gekauft. Ja, die BR-424 für Hamburg-Hannover. Und ja, da wird dann wahrscheinlich auch mal wieder was kommen. Ich wollte mal aufnehmen, dann war da irgendwie was anderes und ja. Ist halt so wiesig. Genau. 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 Unfall haben wir heute mal vermieden. Schau mal, was gut ist, aber mit einer Aufnahme mit 20 Minuten, was will da eigentlich schief gehen? Mal ehrlich. Könnte man eigentlich nie da schildern, aber... Ne, ne. Die Rücktour fahre ich dann mit deinem älteren Bus. Vielleicht wird eine Geschichte passieren. Mal schauen. So eine Story dahinter, warum wir den Bus fahren. Überlegt euch mal, warum wir mit so einem Bus fahren. Bei so einer Heizetemperatur. Nun ja. Wie auch immer. So, dann halten wir hier mal. Motor aus. Fahrplan. Genau. Eigentlich müssten wir jetzt noch zurückfahren, aber... Da hab ich keine Lust drauf. Genau. Ja, das war's dann von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das kleine Let's Play gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und es wieder heißt, OMSI, der Omnibus-Simulator. Das nächste Mal fahren wir die Linie 43 zurück, mit einer älteren Generation von Mercedes-Benz. Von guten alten Perrottinus, dem O-407. Wahrscheinlich fahren wir dann eine morgendliche Tour. Beziehungsweise... Beziehungsweise... ...nächtliche. Mal schauen, aber am Mittag fahren wir nicht. Ja. Also morgendliche Fahrten gefallen mir persönlich besser. So. Was da noch nicht so warm ist für den Busfahrer. Ähm. Der Däne-Klimaanlage, aber egal. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis denne. Bis zum nächsten Mal.